Ich verstehe es wirklich nicht, wenn man den meisten Leuten, die ich kenne, erkläre, dass ich diesen Bescheid nicht abgeben kann, weil ich keine Wertkarte habe und dann man auch so ahnungslos macht. Ich weiß nicht, das ist die Dreistigkeit hoch 3, weil ich habe in Verstehen und Deutsch wirklich Einsen gehabt, aber ja, aber wie gesagt, diese Ich-Nix-Verstehen-Nummer, die zieht bei mir nicht. Die hat auch vor ein paar Jahren nichts gezogen und heute schon gar nicht. Ich würde mir nur wünschen, dass die Leute wieder auf, ja, ich verstehe, was sie meinen oder was du meinst, aber nicht auf die Schiene Ich-Nix-Verstehen, Ich-Nix-Verstehen, dass ich weiß nicht, wie Deutsch soll ich noch schreiben oder reden. Unfassbar, unfassbar, sage ich nur. Und ich kann mich nur des Öfteren wiederholen. Wer lesen kann und auch verstehen kann, versteht mich am besten. Und ich finde, die Ahnungslosigkeit, es ist nur eine reine Gefälligkeitsprovokation und mehr kann ich da hinter auch nicht verstehen. Weil die Ich-Nix-Verstehen-Masche zieht bei mir nicht. Hat sie heute nicht, hat sie gestern nicht, hat sie morgen nicht. Arrividerci.